Ja mein Lieben, zum Showbomb sind wir hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lang ist es eigentlich nicht her, aber dennoch spielen wir heute eine weitere Runde Skywars. Leute, wir haben nicht so viel Zeit, wir schnappen uns direkt das MLG-Kit. Denn wir machen heute die sagenunhafte Challenge, die Busy schon gemacht hatte. Aber wir machen heute die MLG-Backflip-Challenge. Okay. Und wie das geht, das zeige ich euch in einer wundervollen Runde. Also Leute, ganz einfach. Ihr baut eine Kiste ab, baut noch eine Kiste ab, baut euch dann hier so ein Stück hoch, setzt dort TNT-Druckplatz und blablabla hin. Geht dort hinein, stellt euch hier hin, aber rückwärts und dann zackt. Ja, im Normalfall sollten wir jetzt eigentlich landen. Aber ich habe die Runde dennoch gewonnen, weil die alle zu unfähig für die MLGs waren. Das war es ja wohl wirklich komplett. Warum geht denn keiner in die eine Runde? Als ob ich jetzt in eine Zweierrunde reingehen muss, damit ich überhaupt spielen kann. Haaaaaaah. Wow, das ist jetzt das Ziel, oder? Nachdem ich so ein langes Jump'n'Run bestritten habe. LOL. Ey, lasst doch. Warum, Leute? Könnt ihr mir das mal sagen? Warum? Leute, Leute. Warum sagt mir das mal einer? Baut sich einer von hier drüben hin. Von hier drüben. Seht, ich mache da unten einen TNT-Buch. Und killt mich einfach. Was stimmt denn nicht mit dir? Leck mich doch am Arsch, Mensch. Hey, komm, ich hasse. Stop. Leute, wir dürfen diese Challenge nicht verlieren. Mr. Zwiebel persönlich hat mir aufgetragen, dass ich noch gewinnen sollte. Ich kann mich an diesen Tag nur zu schlimm erinnern. So Leute, der ganz schlau Fuchs unter euch wohl gemerkt hat, dass wir die Rolle gewechselt haben. Aber, ich sage dir jetzt mal nix zu. Und Zündung. Ja, da ist Pace. Backflip MLG. Ja, endlich. Endlich habe ich diesen MLG geschafft. Das war natürlich mein erster Versuch. Zack, Leute. Da hinten ist direkt ein Gegner. Den schnappen wir uns. Zack. Backflip MLG. Ja, Mann. Nochmal. Alter, Leute. In einer Runde schaffe ich diesen MLG so oft wie noch nie in meinem Leben. Jo, da haben sie recht. Okay, hat es nicht so gut geklappt? Alle klatschen wir trotzdem. Auf Ehre, Leute. Jo, der hat einen Effekt drin. Das war es, Jo. Wirklich komplett. Zack. Backflip MLG. Woo. Ja. Ja, Alter. Junge. Junge. Ich meinte natürlich, Alter, war das easy. Lohne mal die Kisten. Ich bin so ein Pro-Spieler. Und Bankslang. Äh, nice. Cool. Junge. Und ihr hoch baut und ihr hoch schaut. Leute, ich bin so dumm. Ich bin so unfassbar dumm. Das soll es ja noch vor dem Video gewesen sein, Leute. Ich weiß, das Video ist mal ein bisschen, bisschen, bisschen kürzer. Aber Leute, die Zeit ist nicht das, was ich im Moment habe. Und ich habe nur noch drei Stunden für dieses Video, um das zu schneiden. Oder zweieinhalb. Deswegen hoffe ich, dass ich das packe. Und dann will ich euch einfach sagen, haut rein. Macht's gut. Hier findet ihr die anderen Videos. Und haut rein. Macht's gut. Und ciao.